Hallo! Also, ich komme dann mit einem Anliegen zu euch, ist mir sehr wichtig und ihr könnt mir helfen, meinen Traum zu verwirklichen. Also, es geht um Mission Famous, das ist ein Beauty-Wettbewerb von der Bravo, lalala, nicht, dass ich die Bravo lese, aber ich habe mich auf der Internetseite angemeldet, weil ich da irgendwie einen Link gefunden habe von meinen Videos dahin ins Forum, also dass es dort veröffentlicht wurde. Aber auf jeden Fall geht es um vier Plätze, die verfügbar sind, um nach Los Angeles zu einem Mode- und Beauty-Shooting zu fliegen. Zusätzlich darf man hinter die Kulissen von Desperate Housewives Universal Studio gucken. Ich hoffe, man kann mit denen shoppen gehen, ich weiß es allerdings nicht. Und die vergeben einen Platz für einen Online-Werbespot von Wilkinson. Also hier diese Rasierer, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Und was machen die da noch? Die Bravo Love Story. Ja, das war es eigentlich. Und ich habe mir überlegt, wenn ihr mir helft, dort angenommen zu werden, das heißt für mich walken ganz viel, der Link ist übrigens rechts im Bild hier, wenn ihr mir helft, das zu gewinnen, dann besorge ich mir eine richtig gute Kamera, werde diesen ganzen Ausflug, diesen ganzen Flug und alles filmen. Und auch danach werde ich dann eine gute Kamera haben, um noch mehr aus meinem Leben zu filmen. Es ist jetzt klar, dass alle, die mich nicht so mögen, gegen mich walken werden, aber ich hoffe einfach mal, dass ihr mir mein Glück und meinen Traum lasst. Die Leute, die für mich walken werden, bitte dort so viel wie möglich klicken. Momentan befinde ich mich auf Seite 37, wenn man nach Alphabet sortiert, wird sich aber ändern, weil immer mehr Bewerber kommen. Wenn ich einfach eine Seite weiter nach hinten, 38, 39, also ich heiße so Diamond of Tears logischerweise, Link ist auch hier. Ich werde probieren, den immer aktuell zu halten. Das heißt, nicht wundern, wenn ich jetzt sage Seite 37 und ihr guckt das Video erst in zwei Wochen, dann kann es schon sein, dass es auf Seite 52 ist. Also ich halte den Link dort aktuell, klicken. Und fünf Sterne, ganz wichtig, dass ihr mit fünf Sternen votet, weil die meisten Bewertungen von den Mädels, da werdet ihr ja sehen, sind halt so durchschnittlich eins, weil die sich alle gegenseitig runter voten. Und ich muss, ich möchte, bitte, bitte helft mir, dort in die Top 4 zu kommen. Ihr habt was davon, mein Traum geht in Erfüllung und ich werde euch nicht vergessen, auf keinen Fall. Ich werde nie meinen YouTube-Account aufgeben, aber das wisst ihr ja schon, dass ich das eigentlich seit einer Weile mache und auch immer vorhabe, das weiterzumachen. Ich dokumentiere mich, wie ich von Alter 17 an bis 95 bei YouTube wacker schlage. Nein, ich brauche eure Hilfe. Verschickt dieses Video oder verschickt den Link, bitte für Diamond of Tears voten, gib dann einen sexy Werbespot. Nein, ich habe mir auch überlegt, wenn ich es dank euch schaffe, gehe ich dort shoppen und bringe euch was mit. Heißt, wer dann irgendwie, zum Beispiel, wer eine Postkarte haben möchte, kriegt eine Postkarte von mir aus Los Angeles. Dazu brauche ich dann natürlich eure Adressen. Schickt sie mir noch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe. Also, ich weiß nicht, was ich mache. Ich werde mir was für euch überlegen, wenn ich es dank euch schaffe. Alleine schaffe ich es nicht. Jetzt könnt ihr euch überlegen. Helfen wir der Diamond of Tears, der Amy, ein bisschen was zu machen hier. Ja, das war es eigentlich. Wie gesagt, es steht eine Menge für mich auf dem Spiel und es wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet. Ich werde mir auch wirklich eine richtig gute Kamera besorgen. Und vom Packen bis zum Flug, bis zu Mädels und die Challenges und dann natürlich auch heimlich mit der Kamera die anderen Mädels. Nein, so fies bin ich nicht, glaube ich. Hm, das war es erstmal. Wie gesagt, Link, klicken, fünf Sterne, ganz wichtig. Fünf Sterne sind fünf Punkte. Ein Stern ist ein Punkt, ist nicht gut. Ich glaube, die Beste dort hat jetzt Durchschnitt von drei. Die hat aber auch schon 16.000 Votes. Ich weiß nicht, was sie macht, um dort so vier Punkte zu haben. Bitte, 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 helft mir. Okay. Hoppakt, ihr hört von mir. Peace.